Hallo und herzlich willkommen zurück beim HW zum SQ. Heute wieder eine kleine Runde Golfit, weil wir nicht wussten, was wir sonst spielen sollen. Anni, wir wollten eigentlich was anderes spielen, aber das ging nicht, weil dieses Spiel genau jetzt im Wartungsmodus ist. Gerade als wir eingeloggt haben. Ja, wir haben eingeloggt und wurden sofort rausgeschmissen. Wartungsmodus. Mach das hier aber aus, Jungs, schnell! Ja, scheiße. Und deswegen jetzt wieder eine schöne Runde Golfit. Curry gewinnt, der übt jeden Abend. Ja, genau. Der sucht doch immer nur Maps raus, die er schon kann. Stimmt, der Curry hat neue Maps rausgesucht. Ja, der Curry sucht immer Maps raus. Ich brauche ein neues T-Shirt, wo ich einfach draufschreibe, ich übe jeden Abend. Egal worum es geht. Ohne Zusammenhang ist das T-Shirt echt geil. Curry kommt jetzt noch. Wir brauchen einen neuen Merch. Kennt ihr dieses T-Shirt für Männer, wo unten drauf so ein Pimmel abgebildet ist? Das T-Shirt, dass man sich eine Hose steckt, dann sieht es aus, als würde der Pimmel oben rauskommen. Alles klar. Bei mir ist das gar kein Auf-Druck. Ich verarsche die Leute einfach so. Alles schönes T-Shirt, dann kommen sie näher auch. 3D-T-Shirt so. Ja, sehr kalt heute. Ja, geil. 15 Strokes, turn the music on. Alles klar. Geh mal Musik. Geil. Inception ist am Start, wir werden alle gestriked. Scheißegal. Curry? Was? Ei Ei Muchacho wieder. Ei Ei Muchacho wieder. Oh Gott, fuck ich hab mir den Hut gar nicht aufgesetzt. Nein. Oh mein Gott. Die kenn ich nicht mehr wieder. Ich muss den mir aufsetzen, Leute. Ja, ja. Warte, ich war da ganz schnell. Hä? Ähm. Das ist denn ernst. Alter Tobi, du musst es verstehen. Ja, das ist schon wichtig. Ich verstehe das schon. Das geht nicht anders, Alter. Ich muss doch den Hut aufsetzen. Bist du fertig oder was? Warum haben eigentlich alle ihre Einstellungen verloren, wie sie aussehen? Ja, ich hab keine Ahnung. Ja, ich dachte bei mir wäre es wegen Neuinstallation gewesen, aber pfff. Ja gut, ich hatte es auch neu installiert, ne? Habt ihr gesehen, es gab ja auch Skins, ne? Ja, aber ich hab noch keinen freigeschaltet. Ich auch nicht. Ich auch nicht. So, ich bin wieder da. Aber Dalu Card hat schon alle, wenn jemand sehen will. Ihr seid aber noch nicht in der Lobby, ne? Nee. Ja, kommt jetzt, wartet. Ja. Genis. YouTubers Web. Privat. Ah, die kenn ich auch noch, die Map. Achso. So, Inception. Host. Ja. Muss eben kurz laden, muss eben kurz laden. Natürlich, natürlich. Wie ein Blitz die Einladung rüber geschossen. Ah, klar. Spaßtonne 1205. Ich habe übrigens auch eine Map oder einen Kurs, die heißt Venus in Space. Okay. Da bin ich jetzt schon dafür. Ich glaube, damit sind nicht Würstchen gemeint, oder? Doch. Naja, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wieso ein Handy? Das ist doch Golf. Ich meine, hat die Map dann die Form eines Penises? Eines Wieners, bitte. Wie die manchmal darauf kommen. Eines Wieners. So. Treffen mache ich an. Kollision, ne? Wollt ihr ja, ne? Ja, Kollision ist immer gut. Das muss einfach. Alles klar. Aber springen nicht diesmal, ja? Oder mit? Nee, springen ist immer gut, oder? Springen ist immer gut? Ja. Okay. Wie springen wir denn nochmal? Mit der Ertlastung, ne? Was war denn springen nochmal? Dass man hüpfen konnte? Genau, genau, genau. Okay. Da kann man geile Abkürzung nehmen, ich erinnere mich. Was soll der denn sonst sein, Tobi? Ja, weiß ich doch nicht, Curry. Quatsch, bin ich dumm voll. Alter, was willst du denn hier, Max Meiermann? Nee, geh doch nochmal kurz die Lobby zumachen, weil du irgendeine Einstellung vergessen hast. Arschloch. So. Okay. Oh, 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 oh. Oh, es geht los. Hey. Wie war das denn nochmal? Heute, wir rollen. Der Stuhl fliegt. Ich mach mal gar nichts. Ich mach auch nichts. Alter, lass es einfach wirken. Hä? Was ist jetzt los? Hä? Ähm. Also die Map hat eine sehr gute Bewertung. Also. Ja. Ähm. Das ist total guselig. Ich bin gefangen. Ich bin gefangen im Trauer. Oh, oh. Oh, 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 oh. Eieiei, und jetzt. Oh, Hollywood Team Production. Ernsthaft? Alter. Was? Was? Inception. Was? Hä? Hä? Bist du Curry zuerst vorne? Guck mal, wie wir da rollen. Curry cheated. Ja. Sombrero. Und die Musik dabei. Ernst. Inception. Wahnsinn. Und jetzt? Ähm. Viele Grüße. Ähm. What? What are you doing? I'm getting some fresh air. Müssen wir da rein schlagen? Ciao. Wah! Danke. Danke. Oh, okay. Ähm. Danke schön. Danke schön. Aber wo müssen wir hin? Ich muss meine Maus bringen. Tobi, bist du da richtig? Weiß ich noch nicht. Ich scroll mal raus. Ja, doch. Der ist da richtig. Ich glaube, auf der anderen Seite gibt es auch ein Loch. Bumm. Ja, geil. Auf geht's. Tobi, ich habe nur Traum. Ist gar nicht echt. Hä? Curry, wo bist du denn? Ich bin ins andere Loch. Yeah. Ach, da gibt's noch mehrere. Ich bin total verbiere. Curry wieder ins andere Loch. Alles klar. Ja, was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Was soll das? Da tut immer so weh. Der Egel ist aber nicht so glücklich da mit seinem Trail, ne? Alles klar, ciao. Ähm. Oh nein. Tschüss. Okay. Was zum Teufel geht hier ab, Mann? Ich weiß gar nicht, was abgeht. Boah, scheiße. Hä? Ich bin ins. Hä, Pan, was machst du denn da hinten? Äh? Das ist doch falsch. Ich weiß nicht. Nein! Oh, das war zu hart. Ich hätte ganz soft sein sollen. Ganz soft. Ja, mit Gefühl. Ich brauche erstmal wieder Gefühl fürs Spiel. Lass dir die Träume auf dich wirken. Schon wieder... Ah, Mann. Scheiße. Wie viele Schläge hat man nochmal? 12. Oh. Ich habe diesmal 15 eingestellt. Hey, Curry, geil. Curry, geil. Ja, ich habe an Tobi gedacht, weißt du, dann ist besser. Ja, ich halts Maul. Hahaha. Oh, oh, oh. Ist eh schlapp. Sorki, Alter. Ah, ich muss wieder üben ein bisschen. It's not working. Waking up. Waking up. Okay, sei wach. Ja, ja, ja. Ja, was? Wo muss ich heben? Curry, mach das doch einfach nicht. Hä? Was sagst du jetzt? Ich habe keine Ahnung, was die abgeben. Wo ist denn das Loch? Bin ich jetzt? No Waits. Warte mal. Hä? Ah, hinter dem No Waits Schild. Hä? Ach so, wir müssen da durch den Wasser fallen, Leute. Ne, da kommt man nicht durch. Doch, doch. Hä? Wie? Ich bin wieder hier gelandet. Hä? So, wir müssen... Willst du mich verarschen? Wie? Hä? Oder müssen wir einfach durch die Wand? Nein. Hä? Hä? Ich hab's hier hinter dem Holz. Was ist das? Hinter welchem Holz? Hinter welchem Holz? Hinter der Holzhütte. Innen drin. Ah, scheiße. Ach so, ihr müsst auf der Bahn halt bleiben. Ihr müsst gar nicht so hart schlagen. Ihr müsst einfach nur durchrollen. Das ist voll easy. Ja, ich werd immer resettet. Ich seh's zwar, wo's weitergeht, aber ich werd resettet. Okay, okay. Du musst auf der Bahn bleiben. Du darfst, glaub ich, nicht fliegen. Tobi, wach auf! Es funktioniert nicht. Hä? Das ist so tot. Erik! Na! Hast du, wir glauben an dich! Äh, ich... Scheiße, ihr! Oh! Erik, das war schlecht. Ich wollte grad voll den Aggro-Move machen. Scheiße, ihr! Waaah! Warum bist du denn auch grün? Was für ein Nachmacher? Ich wollte gelb. Ich hab meinen eigenen Style. Ich wollte eigentlich gelb. Bei dir bist du auch gelb. Don't copy my style. Ja, echt, bitch. Hä? Mann, ich lande immer da oben! Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ich lande immer da oben, Mann. Mit so einem komischen Skull da oben drauf. Warum schließt? Das gibst du nicht! Ich mach voll sanft! Ich bin voll der sanfte Riese! Okay, warte. Ich war noch sanfter jetzt. Was? Wuii! Hi! Geil Erik! Boah, super, super! Oh nein, jetzt seh ich aber nicht, wo ich hinschlagen... Jetzt. Okay. Ja, jetzt hab ich lauter traurige Smileys. Ja! Give him the kick! Die ganze Zeit schon jetzt? Jetzt hab ich glücklich. Super. Jetzt bin ich drin. Super, einfach ein Traum. Kick him! Like Beckham. Ei, ei! Bleh! 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 Tobi, pass auf! Aber wo müssen wir hin? Aua! Tobi, nur für dich! Ei, ei, muchacho! Der Tobi, alter! Wow, alter! Wo der Traumschwiller ist! Wow! Scheiße! Muss man da drüberspringen oder was? Was denn? Kann man ins Wasser rein? Schubst dich mal wieder runter Ich bin grad in der Uhr gewesen Danke Pan Komm ich auch Was zum Teufel? Ihr müsst übers Wasser springen Leute Heißt das Jesus oder was? Kommt höher Alles klar Tobi, gut gemacht Was? Was? Hä Tobi, was machst du denn da? Nein, ich hab mich verdrückt Oh, Hä? Was denn? Ich hab einfach kein Gefühl mehr vom Ball Hä, was ist denn im was? Alter, in euer Gesicht Hey Tobi, ja das Hackebeil Wo ist denn dein Kackehaufen auf dem Kopf? Was hat er denn da grad auf dem Kopf? Ein Schlachterbeil, aber wo ist dein Kackehaufen Tobi? Ich erkenne dich gar nicht mehr Der ist äh Weiß ich nicht, ich hab Ich find's schade, dass du einfach dein Auto Mach ich ein? Ja Okay Du solltest dir mal einen Kackehaufen auf dem Kopf Oh, das war nicht so gut Wow Was? Was ist das denn für eine eklige Kurve? Hä, wo bin ich denn jetzt? Achso Das ist voll böse, Mann Kurven Kennt ihr den? Mach doch keine Bilder immer Oh Mann, was? Hey, leck mich So, lass den Ich hasse Golf Und Brettspiele Autsch Ui Hi Pan, was geht ab? Oh na, oh nein Tobi Schnauze Ha 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 Tobi Ha ha Waaah Guck dir an wo du dann bist Ha ha Tobi Ha ha Wir stehen hier aber nicht gut Ich muss schnell da rein Ich mach mit Ha ha Tobi Nein Tobi Nein Danke Tobi Halt mich fest Komm jetzt, ich hab ein Seil Hä Ha ha Tobi roll einfach durch Ha 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 Huuu Nein Tobi Nein, 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 nein Nein, nein, nein Aber die ist echt gut gemacht Die Map Huh Ja voll Tobi, komm rein Los Tobi, gib alles Hä Jetzt Jetzt richtig draufzimmern Komm, richtig drauf Zeig, was der Mann ist Alles klar Ja, ist dein Mann Ja, ist dein Mann Ey, das hat der doch voll extra gemacht Ja, geil mit dem Feuer da hinten Geil Wettbewerbsverzerrung, Kovac Danke, dass du uns was zeigst, Tobi Wow, super Nice, nice Super Den Träumen kannst du alles schaffen, Tobi If we are gonna perform Inception, then we need imagination Alles klar Wuh Hui Boah, Alter, was? Wir müssen da die Wand hoch Was? Äh, was? Moment Oh, wie geil ist Okay, Mann, komm Hä? Wie? Was? Hä? Was hast du gemacht? Alter, wie geil Entschuldigung, Pat Oh, wie krass Hä? Alter, hä? Oh, wie geil ist das dann? Ja, Tobi Alter, wie geil Wie geil ist das denn gemacht? Das wird irgendwie komplett verdreht sein, dass wir denken, es sei irgendwie oben, oder? Ja Alter, wie geil Cool Aspect Darf ich wieder? Darf ich wieder? Guck mal, wie einfach das eigentlich gemacht ist, der hat einfach nur die Kamera gedreht, ne? Ja Aber voll geil Ja Das ist mega geil Es ist Inception, er hat fast geschafft! Wahnsinn! Nice birdie Wahnsinn Ah Geil Was? You must design the Matrix, achso Mist! Boah! Tobi, ey! Juhu! Juhu! Ist das richtig hier? Nein! Alter, guck mal, die Gebäude nach vorne bewegen sich, hast du gesehen, Tobi? Okay, das ist jetzt aber echt ein Problem, echt bewegen die sich Ja, das ist Tobi, das hast du jetzt ein Problem, ne? Das ist aber echt scheiße jetzt Hä? Bin ich hier falsch? So mach ich das Bin ich hier falsch? Nein Hä? Wie soll ich jetzt da hochkommen? What? Hä? Wie soll ich da hochkommen? Ihr müsst euch resetten lassen, das geht nicht anders Aber wie? Wie? Was muss ich drücken? Ja mit R, mit R Mit R Wie? Was meint ihr mit hochkommen? Wo seid ihr? Ja, da bei dieser Treppe, da Du musst halt... Pan, wie bist du da hinten hingekommen? Wie? Hä? Hä? Pan, wie bist du da hinten hingekommen? Hä? Ganz ne... Bist du einfach gerollt? Ich hab mich hier jetzt einfach hochgeschossen, wo der Erik ist Ähm... Was, Tobi? Wo ging das denn hin? Hä? Ich versteh nicht, da vorne ist das halt noch... Loi, was? Die Treppe ist gar nicht da, wenn man schnelles Tempo hat Nice Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein Erik, du musst resetten, die Treppe ist gar nicht da Die geht einfach weg Hä? Es ist alles nur eine Illusion Bei mir ist sie aber da Hä, Alter, was hast du ge... Hast du das genommen können? Nein, nein, du musst... Du darfst nicht jumpen, Erik, sonst ist die Treppe... Sonst ist die Treppe da noch da Hä? Wie? Na geil, es ist nicht schwer Du musst die normal fahren, du musst die normal fahren Ich darf hier nicht springen, oder was? Ja, einfach nicht springen, einfach volle Pulle dann schlagen gleich Vertrau mir Ich bin Leonardo di Curio Ja, das war... Hä? Siehst du? Wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Ich schalt mir Leonardo di Curio auf Leonardo? Was ist das für Magie? Du bist in einer Rezeption Wow Es ist alles nur ein Traum, aber vielleicht auch wenig Es ist ein Traum in einem Traum Boah, wie gemein, hier ist noch ein... Boah... Halt ruhig Jawoll, geil So, alle klar Hammer Das war ja komisch Alter, wie geil, aber die... Was denn jetzt? Oh mein Gott Waiting for a train Boah, ich warte auch gerade auf den Zug Krass, das Spiel weiß alles Hä? Wo bin ich denn jetzt? Ich bin in einem Auto drin, Mann Ich bin irgendwo hin Er hat die Texte zu uns selber gemacht? Das ist ja süß, wie das Auto Alter! Was war das denn? Oh Ich hab das Auto nicht selber gebaut Boah, geiles Auto Geiles Auto Oh, man muss übers Auto später Man darf hier, glaube ich, keine Abkürzung nehmen, oder? Ist, glaube ich, schwierig Ja, ich glaube, das ist ein bisschen gefährlich Tobi, nehmst du eigentlich noch? Ja, ich bin doch hier Oh Mann, ey, ich spring mal daneben Ich muss verschiedene, wo wir hin müssen Neee, ich kann ja auch Ab übers Auto Juhu Oh mein Gott, das ist ein bisschen zu weit Okay, das geht nicht Alter Oh, das ist ein bisschen zu kurz Hopp Ach, was ist das denn, Tobias? Tobias? Das freut mich auch Mann, ne, so scheiße ist das Nein, was? Das war so knapp Hallo Ich komm mal auch Komm schon Ja Nein Tobi, du Wichser Boah Bitte beruhige dich Das ist mein Traum, geh weg Oh nein, jetzt bin ich übers Auto drüber Oh mein Gott, Mann Wie kann ich denn so Power haben und schlagen? Ich hab meine kräftige Kontrolle Jaaaaah Ich bin halt echt so schlecht Nein Ich auch Wieso bin ich denn so stark? Oh, der ist der Curry Oh, der ist der Curry Oh, der ist der Curry Ach, scheiße, Mann Hey, Mann Was geht ab? Muss man auf dem Auto lachen oder muss man direkt drüber? Nein Du musst da drüber, aber nicht zu weit Ja genau, nicht zu weit, nicht zu viel Komm, ey, du kannst es schaffen Mit Gefühl, Erik Glaub an die Kraft, deine Gedanke Jaaaa Ähm Nein Doch, doch, doch Ho, ho, ho Ja Hey, Tobi Hä? Cheats, Cheats Hey, Curry ist das Curry Hä? Wieso flieg ich wieder zurück irgendwo hin? Hä? Was war das? Hä? Was war das denn gerade? Hast du das gesehen? Das war eine Kraft Inception Ne ernsthaft, das ist ein Bug? Bei mir bist du aber auch auf die Kante gesprungen, ne? Bei mir war ich Bei mir hab ich Curry angeditscht Ah komm, dann schaff ich die Runde nicht 3, 2, 1 Das ist aber scheiße, ich war da Jeder hat's gesehen Das war ein Bug Hä, das ist ja komisch Wie ärgerlich Hey, ich war grad ganz unten, Hase Und bin ich ganz Geil, guck mal, guck mal, da ist eine Kurve Ja, ärgert mich trotzdem Das ist so Aaaaah Hü Alter, wer war das? Komm zu mir, Kupan Komm zu mir Leute, nee Warte, Tobi Warte kurz Hey, Tobi Hey, Tobi Boah Boah Wie gut bist du das gemacht hat hier mit den Autos Wie der sich das einfach ausgedacht hat Hi Ich bin echt super kreativ Das ist voll schön Ja, das ist voll geil Die Räder sind irgendwie so Schüsseln oder irgendwas, ne? Ja, ich find das richtig schön Ach guck mal, das Auto geht auf Das ist ja nicht wahr Das ist unfassbar Das ist ja besser als der richtige Film Hahahaha 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 Mann ey So Pan, komm mal rein hier Jawohl, Mann Gut gemacht HOLDEN ONE Nein, nicht HOLDEN ONE, aber Pan Da kannst du schon Ey, Curry, Mann Wie ist das eigentlich so schnell? Ich hab gar nichts gesehen Da kann sich, da kann sich, äh, Rockstar Games immer noch was abgucken hier vom Haus und die sein Hahahaha Hahahaha Oh, jetzt will ich auch ne Map machen, Mann Mann, was ist das denn? Wieso bin ich jetzt da unten? Was ist das denn? Wir können ja mal ne Challenge machen irgendwann, dass wir irgendwann jeder selber ne Map versuchen zu bauen und die dann alle spielen Sieht man das an, die alles sieht man gar nicht Alter, Tobi hat kein Bock Tobi ist da hinten einfach irgendwo im Schnee Hä? Alter Tobi, wo bist du? Ich dachte ihr wart, ich dachte ihr wart ganz weit vorne Ich dachte ihr wart ganz weit vorne Ja, wir haben... Wir haben voll verkackt Hä? Tobi, was machst du denn? Du musst Gefühle entwickeln, Tobi Zeig Gefühle Na komm, komm, komm Handherz, Tobi Handherz Hahahaha Hä? Curry und Tobi haben beide Herzen als Trailer und sind beide rot? Was ist denn hier los? Ich hab keine Ahnung Oh, guck mal, hier ist ne Bar Hä, was ist denn jetzt los? Aber wo muss man... Ab in den Aufzug Wow Was? Kann ich die Bar? Hä, was war das denn? Warte mal, bin ich jetzt hier richtig? Ähm, oh Scheiße Okay, wo auch immer ich bin Ah, da ist ein Aufzug, geil Wo hast du hingeschlagen, Erik? Ich hab einfach draufgeschlagen Was? Ach, da oben ist ne Plattform, Mann Ui Alter, da muss man halt... Ich bin nur Aufzug, das ist voll geil Der fährt... der Ball fährt da oben hoch Ui Plum, 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 plum Hallo Ich möchte bitte alle Maps von den Typen spielen Ach du Scheiße Ja, vertaizeitland Ne, was soll ich... Ja, wie geil, die Tür geht auf Ähm, wo müssen wir denn hin? Hä, wieso bin ich jetzt ganz... Mann Hallo Mann Mann Hä, ich finde dich Yey Komm Das ist doch echt n Witz Hey, Tobi, du märst mal bitte ruhig Ne, das ist n Witz Mann Tobi Wenn ich das gerade gesehen hätte, dass das... Alter, was soll denn... Hä? Was war das denn? Erik, bitte. Hä, wenn ich auf R drücke, dann blinkt mein Golfball. Du musst Gefühle entwickeln. Ja, warte. Du musst an die Inception glauben. Hey! Es ist niemals mein Gepier! Oh, ist das böse, Alter. Heppan ist ja wieder unten. Ja! Alter, Erik. Du bist so ein Teufel manchmal. Oh, mein Hause. Oh, die rechte Maustaste ist doch nur der Reset. Oh Scheiße! Zeit abgelaufen! Danke schön du Arsch! Hast du R gedrückt? Ja, ich kenn die Steuerung doch nicht, Mann! Scheiße! Entschuldigung, es tut mir leid, es tut mir leid! Ich sag nicht mehr hasse Sache, mir wird sie auch ehrlich, weil ich echt sauer bin. Sag einfach Arschloch! Du Arschloch, echt! Wie hab ich das heute nochmal gesagt? Ich glaube Menschen, denen ich vertraue! Ne, warte mal! Ja doch, ich glaube den Menschen, denen ich vertraue, immer alles! Und ich vertraue den Menschen an! Okay, aber komm, es war sehr lustig! Das war damals bei GTA auch nicht lustig! Doch, das war nicht! Boah, wenn man auf Y drückt, kann man schießen! Aber im U-Boot, weißt du, da hätte man schon sehen können, dass wir in der gleichen Wohnung wohnen! Ich hab auch gleichzeitig auf Y! Äh, Pan? Ja? Küsschen! Ach, geh weg, ey! Ich bin immer noch im Ersten! Ey, gute Leistung! Halt's Maul! Maja wär stolz auf dich! Scheiße! Ach, löck mich! Geil Tobi, geiler Typ! Nein! Nein! Äh! Ist doch nicht wahr! Der macht hier alles scheiße bei mir, ey! Der manipuliert meinen Sieg! Das kann doch nicht sein, Alter! Weil du verficktes Glück hattest! Das liegt an deinem Kack auf dem Tobi! Boah, geil Tobi! Boah! Das ist doch nicht wahr! Doch! Hey Tobi! Nein, das kann doch nicht sein! Das ist doch nicht wahr! Hey Tobi! Danke! Danke! Ich glaub Tobi ist alles aufs Standbein, Alter! Ohhhh! Das kann doch nicht sein, Alter! Ohhhh! Das kann doch nicht... Ohhhh! Nein! Und der Curry hing die ganze Zeit im Loch und lacht sich eins, weißt du? Weil er einmal Glück hatte! Das kann doch nicht sein! Ich verliere meine Gegner bitte! Zumindest nicht! Ich bin halt aggressiv! Das ist doch nicht wahr, Alter! Tobi, du kannst es schaffen! Komm, ein Schlag noch! Warte, warte! Hä? Tobi, komm! Ach, Zeit ist um! Alles klar! Ja, leck mich doch, Alter! Scheißspiel gefällt mir nicht! Drecksmap, Alter! Warte! Boah, wie das ruckelt gerade! Oh! Wuuu! Was ist denn hier los, Alter? Boah! Lawine! Das ist eine Lawine! Oh, wie cool! Ich seh nichts mehr, aber geil! Oh, wie cool! Ey, warum rollt ihr denn da durch? Achso, doch nicht! Sehr kreativ! Lass sich echt einer mit... Juhu! Alter, wie geil! Hallo? Hallo? Darf ich? Entschuldigung! Ups! Was? Jetzt bin ich auf Eis! Ich werde mir den Sieg wiederholen! Wie soll ich denn da richtig schlagen? Ich weiß gar nicht... Oh! Ah! Nein! Oh, das ist Eis, Leute! Passt auf! Ich hasse alles! Ich hasse alles! Nein! Ich komm nicht durch diesen Looping! Ja, das wird schwierig! Soll ich dich begleiten? Guck mal, ich zeig dir mal, wie das geht! Oh Mann, ich hab grad drüber nachgedacht, ob ich die wegschlage oder so! So, Kari! Direkt daneben, bitte! Bitte, bitte! Warte, ich warte noch auf jemanden! Oh, oh! Guck mal, was die anderen so machen! Hey, hey! Tobi, vorsichtig! Was ist der Erik? Will der denn schon wieder von mir? Tobi, komm mal! Komm mal rum hier! Ja, ja, ja! Tobi! Aber mir ruck jetzt auch grad ein bisschen! Ich glaub, ich hab die Grafik zu hoch eingestellt! Tobi, komm mal rum! Ich hab auf episch, Mann! Ja, ich hab auf episch, aber ich hab auf... Ach, das ist heiß! Ich dachte, das war Wasser, Mann! Oh! Hä? Boah, Leute! Ah! Nein! Stopp! Ciao, Kari! Ciao, Adelan! Kuss auf dein Gesicht! Ah, da wieder Tobi! Ey, was soll das?! Ja, Kari ist aggro! Hey, Kari, was soll das?! Ich wollte auf die Richtung schlagen! Tobi hat mir auf Steam geschrieben, dass ich das machen soll! Ja, natürlich, Kari! Mega Glaubwürdigkeit, Kari! Nein! Hey! Hey! Hä? Wieso fliegen da da und Leute vorbei? Ich bin das bei dem Mal ich! Scheiße! Ei, ei, muchacho! Ei, ei, ei! Oh! Toll! Ei, ei, oh! Ei, oh! Let's go! Ohhhh! Oh Gott! It's a trap! Achso, schon wieder die nächste Map! Ich wollte was trinken! Scheiße! Dimas, help him! Ah, Hilfe! Boah! Äh, was?! Oh, 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 oh! Alter, das gibt's doch nicht! Ciao, Habibi! Oh Gott, fuck! Was kriege ich denn hin? Oh, nice! Oh, nice! Okay! Wieso ist da Feuer? Ernsthaft? Ernsthaft? Das ist ja wohl die... Was war das denn grade? Hä? Ich wollte grad richtig ausholen, aber pipp! Einfach nur! Das ist ja wohl die beschissenste Position, die man haben kann! Oh, leck mich doch! Ui! So! Nein! Das reicht immer noch nicht! Hä? Okay, wir wollen mal! Mit voller Kraft, komm! Ja! Ein, zwei, drei! Hä? Wofür bin ich denn jetzt hin? Wo bin ich? Oh, ich schaff's runter! Ich schaff's aber! Boah! Alter, Pan ist halt so scheiße! Nee! Wieso? Was? Die rollt nicht wieder runter! Ist voll unfair! Ich roll schon wieder runter! Ne, doch nicht! Ja komm, ich bin raus! Ciao! Hallo! Komm rein gleich! Ah! Was ist denn hier? Hä? Ich weiß gar nicht, was hier was ist! Ja, ja! Lass dich einfach treiben! Oh Mann! Ist doch! Ich weiß nicht, wo ich hin muss! Was ist das alles hier? Hä? Nein! Es geht dann irgendwann von ganz alleine! Ich bin drin! Gehen eng 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 eng! Kannst du nicht mal an? Hui! So! Nein! 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 Erik, soll ich die herunterschlagen? Nein, bitte nicht. Ciao. So, und hier hab ich jetzt grad noch Milchschläge verbraucht. Ah, wie! Sehr gute Leistung, Curry. Der Curry ist sehr vorsichtig. Er nährt sich vorsichtig durch den Loch. Ah, gut. Ey, es passt. Ich verstehe. Boah, das ist ne Kanone! Geil, Rainer! Die andere Kanone, oder was? Ich glaub schon. Ich seh die gar nicht. Hä? Und jetzt wohin? Die Zielscheibe, oder was? Hä, wo bin ich? Was? Ihr müsst zur Zielscheibe schießen. Hä, wie kommt hier die Kanone? Du musst auf die Kanone einfach steuern. Herr Curry! Curry, was geht ab, Mann? Huch! Das ist alles nur ein Traum, das ist gar nicht real. Oh mein Gott. Oder vielleicht doch? Was ist denn hier der Traum? Vielleicht sind wir auch nur der Traum. Herr Curry! Komm bitte, komm! Mann! Kommt hier jemand noch vorbei? Ist doch jemand unten? Warum, Pan? Warum? Ich dachte, ich kann hier jemand anschubsen. Nee, du wolltest da jemanden runterschlagen. Nee, nee, wirklich nicht. Doch, doch. Okay, warte. Pan, du kannst hüpfen, ne? Genau. Mit R. Dann du kannst mich noch. Nein! Nein! Oh, alle klar. Pan, da war das Ende. Ich bin zwar gut, okay, ich hab nur 51 Sekunden. Alles ist gut. Ja, der ist gut! Wow! Wow! Alle klar? Was für eine Leistung? Was für eine Leistung? Nehmen wir noch Erste. Looping! Boah! Doppel-Ooping! Doppel-Ooping! Hä? Was? Hä? Was muss... Hä? Was ist das da? Hä, wie soll man da jetzt hochkommen? Oh so? Alter, wer hat mich weggebubbt gerade. Hä? Boah! Ja, Curry! Nein, das ist irgendwie gar nicht gut aus. Ja, ihr ne! Hä? Und wieso fliege ich immer weg? Ich weiß es nicht! Ja! An unseen force! Ich weiß nicht was hier real ist! Mann, wie soll ich denn da hochkommen? Curry, Curry ist schon oben, weißt du? Der feine Curry übt jeden Abend! Du hast noch! Der übt jeden Abend! Wo bin ich denn? Oh nein, ich bin immer wieder unten Hey Tobi Einfach voll hart dagegen, genau So, aber jetzt ist doch hier ein Problem, oder? Oh Gott sei Dank Hier muss ich doch drüberspringen, oder nicht? Nein, du musst noch mal da hoch Ja, aber hier ist doch so ein Rückwärtspfeil, da bin ich nach hinten Ja, deswegen ganz hart Der hält dich einfach... Ciao Tobi Was? Hä, wie schnell warst du jetzt wieder da Tobi? Hä, hallo? Pan? Achso, da Ich kann das Spiel nicht mehr steuern Was? Jetzt, jetzt habe ich sie da, hä? Du bist gefangen in einer Inception Wolke, das ist normal Hey Pan, du musst hart schlagen Hab ich! Richtig hart, links gegen die Wand quasi Jawohl! Ihr könnt mich mal mit dem hart schlagen! Keine halben Sachen, die Frau Das war aber nicht mein Witz, das war wirklich ernst gemeint So wie Bret Hart damals, Pan Ernsthaft Tobi? Ernsthaft? Hi Warte Teba Oh, ich habe kein Wort mehr, das geht nicht Oh Komm fahren Boah, so warm hier gerade Fast, du hast fast geschafft Nein Ah, schade Nein, der kann nicht wie der Erste Oh, warte, Entschuldigung Natürlich ist der Erste Hä, was? Oh Mann! Alter, guck mal da fallen die Türme um Das ist voll geil Das ist das Ende des Films Ich kann mich genau erinnern Wieso schlägt der nicht fest zu? Warum macht der manchmal so eine Lulli-Schläge? Hey Tobi Oh Mann, das war nicht gut Danke 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 schön Tobi Wo kriege ich denn hin? Hab ich dich mitgenommen? Ja, du hast mich mitgenommen, ich musste gar nicht schlagen Du hast mir einen Schlag gespart Nein Ab in den Tower Leute, kommt ab in den Tower A house A house A house A house Upstairs Let's take the elevator Wir dürfen wieder mit dem Aufzug fahren Geil Aber wo ist der? Im Tower Genau da Hallo Bist du auch im Elevator? Ich seh dich gar nicht Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Ich fall gleich raus, ich fall gleich raus Boah, guck mal, man kann voll viel sehen Oh, die Tür geht auf Hä, bei mir gliss, bei mir gliss, ach da Was ist das denn jetzt? Oh mein Gott Da ist das, da ist das Ziel Boah Nein, da ist der Greifelmann Hä, wo bin ich denn zu? Hä, wo bin ich? Ähm, bitte reset, danke Ich weiß es nicht Muss man da rein Das ist eigentlich die ganzen Möglichkeiten Die man hier hat, nur 25 Sekunden, komplett ausgenutzt Krass Ach das, ah, okay Das einzige, nur die Rundenlänge reicht hier glaube ich nicht, oder? Nicht so ganz So zwei Minuten sind zu wenig glaube ich bei den Maps Ja gut, das wusste ich halt vorher leider nicht Boah, das Auto fällt runter, oh mein Gott Boah Boah Was? Hä? Hoffentlich ist er tot Hä, achso Was? Aua Das wusste aber genau, das wusste aber genau Du hast mir voll dir getan Nein, 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 nein Scheiß, das war so knapp Alles klar Tobi Hey, was ist das denn, Alter? Hey Tobi, was geht? Hey, was ist hier los, Alter? Tobi hat gefurzt Hä? Huch Alter, leck mich Boah, okay, das ist ja super hart Hey Tobi Boah, was? Was? Oh, okay Oh Mann, ich komm da nicht mal rein Was zum Teufel passiert hier? Ähm Hui Nein Oh mein Gott Oh, scheiße Fuck Oh mein Gott Oh, Mist Lecker Letztendlich Hey, was ist das denn? Scheiße, springen war keine gute Idee Was zum Teufel passiert hier? Tobi Bitte rette mich Aua Hör auf, jetzt aufhissen Scheiße, wie komm ich denn jetzt hin? Wow Wo sind meine Kollegen? Ich weiß es nicht Ich seh Curry ganz weit weg Genau Ja Die Pan ist hier grad bei mir gewesen In der Dusche Äh? Hey Pan What? Hey, was ist das? Fuck Time What? Und wie bist du plötzlich oben? Time Oh Gott Time is running out Schnell weg hier Schnell ab ins Loch Oh Es wird Zeit Oh puh Nein Es wird Zeit, Freunde Oh mein Gott Es wär so schön gewesen Es wär so schön gewesen Jawoll Wir haben's fast geschafft Der Auftrag ist fast beendet, Leute Was? Alter So Wir hatten our time together Das ist so episch, Erik, bitte mach weit Hä? Müssen wir hier nicht hin? Hä? Oh, doch müssen Okay Alles klar Was? Oh mein Gott Was? Hä? Hey Tobi, willst du mich verarschen? Du schaffst doch wieder, das ist keine Lücke, man Hört dein Maul Ich wollte mal probieren, was hier geht Was ist denn jetzt hier los? Ich versteh nicht, was hier los ist Hey Pan Pan ist schon wieder im Loch drin Gott, ich bin hier irgendwo, da geht hier alles schon alleine Ich mein Gott gar nicht Das ist voll falsch, Mann Das ist ein Team ist wieder Wo bin ich denn jetzt? Ich bin im Fahrstuhl irgendwie Aber da passiert nichts Ja, ich auch in zwei Fahrstühlen In drei, vier Du bist parallel in drei, vier Fahrstühlen? Ah! Er hatte das Ding gemacht von Inception Das Drehding ist hier Ach, wir sind wieder hier Oh, scheiße, ich muss resetten Woaaaaaah Was musst du resetten? Was? Scheiße Ja, ich war wieder in einem anderen Fahrstuhl Ja, ist egal, ich war falsch Ich bin beim Ende Was zum Teufel passiert hier gerade? Ich fahr runter irgendwo Dankeschön, Fairkill Das ist eine wunderbare Map Was? Müssen wir den Zaun runter, oder was? Ja, du musst da drüber springen Da ist ein Ding Wow Ja, ich seh schon Ich seh schon Ich bin in den Laster gefallen Wow Oh Gott, it's a trap We must help him Achso, das ist eine andere Map gerade Okay, krass Krass Ähm Ich weiß nicht, was hier gerade passiert Ich hab keine Ahnung Ich bin jetzt im anderen Verstuhl Ne, guck mal da Einfach wie geil Hä, wo bin ich hier Hä, was passiert denn hier? Ich hab keine Ahnung, was hier los ist Nein, hier unter den Credits sehe ich noch was Grünes Hallo Ich glaub unter den Credits ist noch Hier, ich hab Warte, warte, das kommt jetzt hochgefahren Pan Ähm Ich hab paar Also ich bin durch Ich bin jetzt einfach hier so rumge...dingenst Alter, was für eine geile Map, Mann Ich kann grad nix machen, ich hab hier voll Automatik gerade Und ich bin übers Portal gehüpft, ernsthaft? Willst mich verarschen? Automatik hatte ich gerade auch Ja, ja, aber ich bin während der Automatik übers Portal gehüpft und bin jetzt wieder ganz am Anfang, oder was? Ja, geil Oh, leck mich doch am Arsch Paar hat gewonnen Ja, du bist immer die Letzte Ja Krass Oh, geil Puh Paar hat gewonnen? Ja Alter, krass Hä, was ist da los? Ich muss euch ganz kurz sagen, bitte seid nicht neidisch Ich habe gerade einen neuen Hut freigespielt, den Skull Hä? Hä? Boah Ich weiß nicht, was hier los ist Ich hab ein Zylinder gekriegt Schön für dich, Tobi Ganz komische Sachen passieren hier, ganz komische Sachen Ja, direkt losgegangen Ich hätt das Ende gerne gesehen, mit den Credits, das hätt ich gerne gesehen Aber bei mir ist er einfach in dieser Automatik über das Portal gesprungen Du kannst ja bei mir auf den Channel gucken, wenn du willst Das war sowieso der Fall Nee, dein schnelles Scheiß hab ich deabonniert So geil, endlich das Skull Das ist ja cool Ja, also meine persönlichen Farb- und Megabyte-Berechnungen sagen mir, dass wir an der Zeit sind, diese Folge zu werden Aber Tobi, bist du komplett fertig? Bist du komplett fertig? Oh, 10 Gigabyte, dann haben wir bestimmt schon 35 Minuten auf ungefähr Ich wusste gar nicht, dass Inception so kurz ist eigentlich, aber gut Ja, aber das habe ich mir bei deinem Penis auch gedacht Da gibt es aber auch einen geilen Plot-Twist Was? Ein Plotter-Twist, Alter Tschüss Aber die nächste Folge, mit einer anderen coolen Map, der Curry hat die rausgezogen Das ist Curry, danke, die Map da ist Ja, hey, ich bin so geil Bis zur nächsten Folge, danke fürs Zuschauen Und ich mach mal Fenster auf, hier ist echt warm grad drin Was für eine tolle Map Beeindruckend, sehr beeindruckend, Punkt